Musik Grüß euch, ich darf mich über den Adventkalender von Wattens TV bei euch, liebe Kameradinnen und Kameraden der FF Wattens, recht herzlich für die geleistete Arbeit im Jahr 2014 bedanken. Ich darf euch aber auch eine frohe, besinnliche Adventzeit wünschen und einen guten Rutsch in das Jahr 2015. Ich darf aber auch die Gelegenheit nützen, der Bevölkerung von Wattens eine ruhige Adventzeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Auch darf ich unsere Kameraden von den Feuerwehren des Abschnittes Wattens danken für die Bereitschaft, bei Katastrophen und bei Einsätzen immer zur Stelle zu sein und uns zu unterstützen. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen und wünsche euch auch alles Gute für das neue Jahr. Musik Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu. Ich darf die Gelegenheit nützen und im Namen der Feuerwehr, Wattens, allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes, besinnliches Adventzeit wünschen, ein gutes neues Jahr, vor allem Gesundheit, Glück und Segen für das Jahr 2014. Musik Musik